Hallo und herzlich willkommen hier auf Xbox Dinos, ich bin der Muffel und wir zeigen euch heute Gameplay aus Crash Bandicoot. Das ganze gespielt auf der Xbox One X und natürlich für euch in 4K aufgenommen. Viel Spaß dabei! Aber, Dr. Cortex, wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge. Noch nicht vergründet. Idiot! Dieser Bökelgatz wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als E2-4. Schnell hinein in den Vortex! Aber Dr. Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt! Schnapp ihn! Uh-oh! Bereitet den weiblichen Bökelgachs vor! Woh! Das war's. 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 Das war's.